Herzlich willkommen zur katholischen Presseschau. Das Institut für Demoskopie Allensbach hat aktuelle Umfrageergebnisse über den Glauben der Deutschen veröffentlicht. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will mehr verkaufsoffene Sonntage. Und Papst Franziskus möchte eine Therapie todkranker Menschen nicht um jeden Preis. Dies sind die Themen der katholischen Presseschau im Februar. Im Studio darf ich Alex Doro begrüßen. 18 Jahre lang hat er Nachrichtensendungen des Bayerischen Fernsehens moderiert und ist seit 2012 Mitglied des Bayerischen Landtags. Herzlich willkommen, Herr Doro. Grüß Gott. Wie religiös sind die Deutschen? Diese Frage stellt das Institut für Demoskopie Allensbach schon seit mehr als 60 Jahren. Im Dezember vergangenen Jahres führte es seine jüngste Religionsumfrage durch und kam zu einem dreiteiligen Ergebnis. Erstens, die Glaubenspraxis der Getauften lässt weiter nach. 67 Prozent der Christen in Westdeutschland gaben an, selten oder nie einen Gottesdienst zu besuchen. Zweitens, der Glaube an zentrale Glaubensinhalte hat gegenüber früheren Jahrzehnten abgenommen. So glaubten 1986 noch 56 Prozent der Westdeutschen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. 2017 waren es nur mehr 41 Prozent. Der dritte Punkt birgt eine Überraschung in sich. Die Deutschen meinen zunehmend, dass die Kultur in Deutschland vom Christentum geprägt ist. 63 Prozent aller Befragten sind der Ansicht, dass christliche Werte einen starken oder sehr starken Einfluss auf die deutsche Gesellschaft ausüben. Im Jahr 2004 waren es noch 9 Prozent weniger. Dieser Trend lässt sich auch mit anderen Zahlen belegen. So ist die Zahl der deutschen Haushalte, die eine Weihnachtskrippe aufstellen, im Vergleich zu 1991 auf 35 Prozent leicht gestiegen. Und bei der Frage, ob man einen christlichen Feiertag opfern solle, um einen muslimischen Feiertag einführen zu können, herrscht weitgehende Einmütigkeit. 85 Prozent lehnen diesen Vorschlag ab. Nur 4 Prozent wären dafür. Am 20. Dezember veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Ergebnisse der aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach. Der Artikel trägt die Überschrift Der lange Abschied vom Christentum. Ja, Herr Doro, die Inhalte des christlichen Glaubens treten bei den Deutschen seit Jahrzehnten immer mehr in den Hintergrund. Welche Zukunft hat denn ein Christentum, das nur als Kulturgut betrachtet wird? Wenn es nur als Kulturgut betrachtet werden sollte, Herr Dr. Blumenberg, dann fürchte ich keine. Ich glaube, dass ein Christentum, das ein reines Kulturgut sein will, letztlich entleert ist. Europa wird christlich sein oder es wird nicht sein. Es gibt diesen Spruch schon relativ lange und ich glaube erst richtig. Nun ist es so, dass das Christentum nicht überall auf dem Rückzug ist. Hier und dort blüht es ja auch auf. Sehen Sie so hoffnungsfrohe Anzeichen für die Weitergabe des christlichen Glaubens? Durchaus. Wenn Sie beispielsweise die Konferenz mehr in Augsburg jetzt vor kurzem betrachten, man sieht, es gibt eine Sehnsucht nach spirituellen Inhalten. Wie die sich äußern und wie die sich ausformen, ohne jetzt deswegen die Lehre zu vernachlässigen, das wird sich zeigen. Ich meine auch, dass in der Frage, die Sie gerade eben benannt haben, in der Frage nach den Weihnachtskrippen beispielsweise oder auch nach den Feiertagen durchaus auch die Sehnsucht sich äußert, in einer globalisierten Welt zusätzlich einen spirituellen Hintergrund zu haben, dass es nicht nur das Materielle ist. Wie sich das dann letztlich herausarbeiten wird, das muss man sehen. Ein Kennzeichen der christlichen Prägung Deutschlands ist die Sonntagsruhe. Grundsätzlich gelten Sonn- und Feiertage als arbeitsfrei. Und auch Verkaufsstellen müssen an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich geschlossen bleiben. Natürlich gibt es von dieser Regel zahlreiche Ausnahmen, zum Beispiel im Gastgewerbe. Die Ausnahmen gehen allerdings der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen nicht weit genug. Im Dezember hat sie einen Gesetzentwurf eingebracht, wonach es Kommunen möglich sein soll, acht verkaufsoffene Sonntage zu erlauben. Bisher waren es maximal vier. Mehrere katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnten den Vorschlag ab. Das katholische Online-Magazin Kirche und Leben berichtete am 13. Dezember 2017 über die geplante Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. Er stellte dabei die Frage, genügt Belebung der Innenstädte als Grund? Herr Do, hier darf ich gleich mal das Buch Exodus, das zweite Buch der Bibel zitieren. Da heißt es, sechs Tage darfst du schaffen und alle deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag dem Herrn, deinem Gott geweiht. Soweit die religiöse Begründung. Welche gesellschaftspolitischen Gründe sprechen denn Ihrer Meinung nach für geschlossene Geschäfte am Sonntag? Eigentlich alle. Es ist gesellschaftliches Tafelsilber, was da für meine Begriffe droht, verscherbelt zu werden. Und es wundert mich etwas, dass eine Landesregierung, die das C im Namen trägt, da jetzt vorprescht. Es ist, ich glaube, ich bin unverdächtig, jetzt irgendwie einer wirtschaftlichen Politik nicht das Wort reden zu wollen. Aber es ist, wie gesagt, gesellschaftliches Tafelsilber. Man kann es von der sozialen Seite her begründen, man kann es aber auch von der ideellen Seite her begründen. Und abgesehen von den Berufen, die ohnehin am Wochenende arbeiten müssen, wir wissen, es gibt die, die unabdingbar sind, um das gesellschaftliche Leben am Laufen zu halten. Von denen abgesehen sollte es bei der Sonntagsruhe bleiben. Als Argument für die Ausweitung der Ladensöffnungszeiten wird immer wieder die Konkurrenzfähigkeit von mittelständischen Unternehmen gegenüber Online-Riesen ins Feld geführt. Nun bedeuten aber offene Läden nicht unbedingt auch noch kauffreudige Kunden. Wie beurteilen Sie also die Schlagkräftigkeit dieses Arguments? Es gibt eine interessante Untersuchung der Industrie- und Handelskammer zu diesem Thema. Die besagt, die ist relativ neu, ich glaube von 2016, dass diejenigen, die online bestellen wollen, online bestellen, egal ob am Sonntag geöffnet ist oder nicht. Es ist auch eine deswegen nicht größer werdende Anzahl des Geldes in Umlauf, das unter die Leute gebracht werden kann. Ich glaube, dass es ein Scheinargument ist. Wir sollten bedenken, was wir damit letztlich aufs Spiel setzen. Ich denke an die Familien, ich denke auch beispielsweise an die Arbeitskräfte, die im Schichtdienst sind. Wir sind auch von der ideellen Möglichkeit her, sich zu erholen oder eben schlicht und einfach auch im spirituellen Bereich innere Erholung zu finden. Da gehen wir ein hohes Risiko ein, das ich nicht eingehen würde. Beim letzten Thema dieser Sendung geht es um eine Frage, die häufig verdrängt wird. Es geht um das Ende des Lebens. Wie sollen sich Patienten, ihre Angehörigen und Ärzte entscheiden, wenn der Tod naht und eine Therapie keine Aussicht auf Erfolg hat? Papst Franziskus hat sich neulich zu dieser Frage geäußert. Todkranke Menschen müssen nicht um jeden Preis medizinisch behandelt werden. Da schrieb der Papst in einem Grußwort an die Teilnehmer einer internationalen Konferenz im Vatikan über das Lebensende. Es sei moralisch vertretbar, auf therapeutische Mittel zu verzichten, wenn sie in keinem Verhältnis zum erhofften Ergebnis stünden. Wie so oft wendet der Jesuit auf dem Stuhl Petri auch hier das Prinzip der Unterscheidung an. Die katholische Wochenzeitung, die Tagespost, zitiert Papst Franziskus in ihrer Ausgabe vom 18. November mit den Worten, immer muss es eine Unterscheidung geben, die die Moral, die Umstände und die Absichten aller Beteiligten berücksichtigt. Herr Doro, die Kirche gilt ja als Anwältin des Lebens. Gleichzeitig stellt Papst Franziskus klar, dass eine Therapie von todkranken Menschen kein Muss um jeden Preis ist. Hat diese Haltung des Papstes und überhaupt der Kirche Sie überrascht? Wenn ich ehrlich bin, zunächst einmal ja. Als jemand, der sich für das Leben einsetzt, vom ungeborenen Leben bis hin zum letzten Atemzug, habe ich am Anfang gezuckt, als ich das gelesen habe, gebe ich offen zu. Es lohnt sich aber, auf jeden Fall die Ausführungen des Heiligen Vaters sehr genau zu lesen. Dann kommt nämlich bei genauerem Lesen schon heraus, dass es entscheidend ist, welche Intention dahinter steht und dass es ein Unterschied ist, ob ich aktiv Leben beende oder ob ich anerkenne, dass irgendwann einmal das Leben nicht mehr zu retten ist und dann begleitend an der Hand denjenigen begleite bis zum Ende. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und wenn man es genau liest, genau das hat er nämlich gefordert. Nun lehnt der Papst die Euthanasie genauso ab wie die Abtreibung. Sie haben es auch gerade schon erwähnt. Welchen Stand haben denn überzeugte Katholiken wie Sie, wenn sie in der Politik sind und sich dabei bei Gewissensfragen am Lehramt der Kirche orientieren? Es ist das Bohren dicker Bretter, immer. Das ist es aber zu allen Zeiten gewesen. Es gibt jetzt nicht die Zeit, wo man sagt, früher sei es besser gewesen oder alles besser gewesen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass gerade in den letzten Jahren vielleicht das Bewusstsein gewachsen ist dafür, dass wir das Leben nicht leichtfertig aufs Spiel setzen dürfen. In welcher Spielart das Ganze ist und ob es am Anfang genauso gilt wie das Ende, darüber gehen die Meinungen zum Teil noch auseinander. Aber ich sage immer, manchmal schickt uns der Herrgott auch etwas Pfeffer, damit wir nicht müde werden, da zu argumentieren. Das Leben per se ist nicht verhandelbar. Und ich glaube, die Bereitschaft, da zumindest zuzuhören, ist zumindest gewachsen, wenn wir auch noch nicht überall durchgedrungen sind. Herr Durow, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München. Sehr gern. Vielen Dank. Das war die katholische Presseschau mit dem bayerischen Landtagsabgeordneten und langjährigen Journalisten Alex Durow. Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017